So, jetzt sind wir soweit so gut so fertig. Hier ist der Bob. Hier ist die Mauer. Jetzt gehen wir hier rauf. So, dann haben wir hier rauf geschaufelt. Jetzt haben wir schon runtergefahren. Da haben wir wenig mehr Schnee gelassen. Das können wir auch noch glatt machen, wenn wir wollen. Jetzt haben wir die Täti schon wenig rauf gemacht. Dann können wir auch noch eine weiter rüber machen. Die Strecken. Kein ruhiger, wenn ich weiter links fahre. So müssen wir nicht so weit rüber. Und ja, Schneeschaufel. Und ja, das geht dann, wie gesagt, bis hierher fahren. Hier fahren wir so weg. Dann können wir zwar auch noch rüber, rauf fahren und so. Aber wir fahren von da los. Und hier geht es runter.